Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update Video hier auf meinem YouTube Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde, ich hoffe euch allen geht's gut. Bei uns scheint die Sonne, beziehungsweise bei mir, ich hoffe bei euch auch. Also wünsche ich euch einen guten Start an den Tag. Kaffee ist gemacht, jetzt geht's ans Video, beziehungsweise ans Arbeiten. Ich hoffe euch allen geht's gut. Momentan traden wir bei ungefähr 42.100 US-Dollar. Also wir haben nochmal einen kleinen Abverkauf gesehen. Bevor wir jedoch in die Chartanalyse gehen, noch ein kleiner Reminder. Ich habe gestern für euch das Cointracking-Video hochgeladen, könnt ihr euch gerne angucken. Link ist unten in der Videobeschreibung, falls ihr euch irgendwie ein Steuertool sucht. Schaut es euch auf jeden Fall an. Ansonsten fangen wir jetzt direkt an. Momentan, wie gesagt, traden wir bei ungefähr 42.128 US-Dollar. Wir hatten nochmal einen kurzen Abverkauf gesehen gestern hier. Nachdem wir hier mit sehr, sehr wenig Volumen wieder hier in den Markt reingestiegen sind. Ich habe sogar ganz ehrlich nochmal gedacht, okay, wir gehen jetzt nochmal hier in die Region von 44.900 US-Dollar. Weil wir hier oben nochmal eine Supply haben. Nicht mal dafür hat es mir gereicht. Also es ist eindeutig von Schwäche im Markt. Dann kam gestern nochmal Russland-News. Das müssen wir auch ein bisschen im Auge behalten. Ja, generell würde ich das momentan, klar, man darf es nicht zu hoch gewichten. Trotzdem behaltet es mal im Kopf, wie es in Russland bzw. Ukraine weitergeht, wenn da immer wieder News kommen. Das war dann mit ein Grund, warum es dann doch mal deutlicher nach unten ging. Ansonsten hatten wir dann hier nochmal eine kleine Supportzone, die natürlich auch durchbrochen wurde. Und jetzt ist es eben wichtig, wir hatten hier unsere kleine Range, wo wir hier zwischen, wo war es denn, 41.700 bis ungefähr 41.100 US-Dollar. Das war letzte Woche, hier seht ihr es, am 5. Februar über das Wochenende, wo wir da die ganze Zeit konsolidiert sind in dieser Range. Wenig Bewegung war und diese Range gibt uns jetzt momentan Support. Wir haben auch hier so einen kleinen Aufkauf wieder gesehen, aber es ist noch nichts wirklich impulsives. Abverkaufsvolumen nimmt die jedoch auch langsam wieder ab. Also momentan, was ich mir gut vorstellen könnte, auch weil der RSI deutlich jetzt nach unten korrigiert ist, war ja absehbar. Wir haben es ja schon die ganze Zeit besprochen, wir hatten ja hier oben diese Bearish-Divergence. Glückwunsch, wer den Short übrigens mitgenommen hat. Ansonsten war es relativ klar, dass wir zumindest mal einen Rücksetzer sehen. Also wir sind ja hier von, keine Ahnung, was war es denn, 33.000 bis hoch auf knapp 46.000 US-Dollar gestiegen, also über 30%. So ein kleines Retracement, beziehungsweise ein kleiner Rücksetzer, das haben wir ja auch die Woche des Öfteren besprochen, war einfach absehbar. Es ist jetzt auch keine Weltuntergangsstimmung, dass man sagt, oh nein, riesiger Crash, also behaltet einfach die Ruhe. Es war absehbar, wir müssen auch mal korrigieren, es kann nicht immer alles nach oben gehen. Was ich jetzt auf jeden Fall im Auge behalte, dass wir hier vielleicht nochmal so ein Wig, beziehungsweise so ein kleines Retracement heute im Laufe des Tages nochmal in die Region von 43.100 bis vielleicht 43.900 sehen. Wir haben jetzt ein neues Supply hier gebildet, die E-Mail-Ribbons liegen hier, wenn die jetzt wieder als Widerstand anerkannt werden, weil wir jetzt hier auch drunter gefallen sind, kein gutes Zeichen. Dass wir hier nochmal ein Retracement sehen und dann hier wirklich diese Region um 39, 40, 41.000 US-Dollar auf jeden Fall anlaufen könnten. Wir haben hier unten noch unsere ehemalige Range, man sieht es hier, wo immer wieder Widerstand war, bis wir dann endlich ausgebrochen sind. Wir hatten noch keinen Retest, deswegen Monatspivot, 200er SMA plus diese ehemalige Range würden hier eigentlich perfekt reinpassen. Plus den Abtrend, den wir hier schon seit Tagen eingezeichnet haben, der ist natürlich auch noch im Play. Dass wir hier dann auch einen Retest sehen, dann hier langsam aber sich einen Abtrend nach oben hin bilden. Es wäre an sich bullish, nochmal einen Retest hier unten reinzusehen. Ansonsten, das ist so mein Plan momentan bei Bitcoin, einfach hier jetzt über das Wochenende nochmal ein bisschen nach unten dampen. CME Cup vielleicht nach oben hin füllen, momentan ist es bei 42.230 US-Dollar. Danke übrigens an Ronny, der es wieder reingepostet hat, wie jede Woche. Ja, das ist mein Plan, nochmal runter in die Region zwischen 38 bis 41K, hier vielleicht dann langsam eine Long-Position aufzubauen. Wenn ich das mache, werde ich das auf jeden Fall in der Telegram-Gruppe auf dem Laufenden halten. Abtrend muss halten, das wäre wichtig. Ein kurzer Tipp nach unten, wäre jetzt nichts verkehrtes, aber es war im Endeffekt seit Tagen absehbar, dass wir zumindest einen kleineren Rücksetzer sehen könnten, beziehungsweise dieser sich auch mittlerweile ausgespielt hat. Also das ist so mein Fahrplan, könnt ihr euch auf jeden Fall mal einzeichnen, beziehungsweise merken, was ich jetzt am Wochenende erst einmal im Blick behalte. Gut, schauen wir uns Ethereum an. Ethereum, ja, wir hatten unseren Abtrend-Kanal, der wurde jetzt auch retestet. Wir sind runtergefallen, das habe ich euch aber gestern im Video gesagt, die Möglichkeit bestünde, beziehungsweise besteht, weiß nicht, wie man es jetzt pluralmäßig richtig ausspricht oder Vergangenheitsform, dass wir nochmal nach unten hin ausbrechen, kurzfristig zumindest, weil hier eben der Monats-Pivot ist, der 200er SMA. Es hat sich halt jetzt über die Tage ein bisschen verschoben, weil normalerweise, wenn wir hier gedumpt werden, wäre es perfekt gewesen. Jetzt sind wir halt ein bisschen später unter diesen Abtrend. Jetzt wird es halt wichtig, wir haben hier eine Menge, Menge Unterstützung mittlerweile. Wenn jetzt natürlich Bitcoin nochmal ein bisschen retraced, sage ich mal, in das Level von 43, 43, 9, wo wir gerade besprochen haben, könnte es natürlich auch ein Retest des ehemaligen Abtrends gewesen sein. Und wir gehen dann wirklich nochmal tiefer. Dann wäre für mich hier dieser Bereich zwischen 2700 und 2600 US-Dollar interessant. 2600 US-Dollar deswegen, weil wir hier das Golden Pocket weiterhin haben, also die Möglichkeit bestünde auch noch weiterhin. Ich bin mir aber wirklich unsicher, ob wir hier wirklich runterkommen könnten. Von Bitcoin her würde ich jetzt sagen, nein. Mit 5 bis 10 Prozent Korrektur nochmal maximal, würden wir eher hier in diesem Bereich bei 2700 US-Dollar landen. Aber diesen Bereich hier, wir haben es seit Tagen besprochen, Monats-Pivot, 200er, SMA. Ja, das war eigentlich so das Ding, was wir seit Tagen besprochen haben und nur darauf gewartet haben. Also Glückwunsch, wer es vielleicht mitgenommen hat, wer den Trade gewagt hat. Ansonsten spätestens jetzt Stop-Loss-Entry und dann ein bisschen genießen und vielleicht hier den größten Teil beim Retest des möglichen Abtrends dann auf jeden Fall schließen. Gut, schauen wir uns ein paar Altcoins an, weil ihr da auch immer drauf Bock habt. Cardano hat den Abtrend nach unten hindurchbrochen, wir hatten keinen Retest, was kein gutes Zeichen ist. Wir haben die 4 Stunden E-Mail-Ribbons einerseits als Widerstand anerkannt, wir haben den 200er SMA, 200er EMA und die blaue Linie als Widerstand wieder anerkannt. Also kein gutes Zeichen, jetzt bewegen wir uns wieder hier unten in dieser Range, wo wir uns wochenlang oder tagelang unten aufgehalten haben. Ja, also Cardano ist eigentlich zu langweilig momentan. Wir haben auch hier keine bullischen Anzeichen, also tieferes Tief im RSI, tieferes Tief im normalen Chart. Wir können mal ganz kurz hier vielleicht auf einen 1-Stunden-Chart gehen, ob wir hier vielleicht was Kleineres sehen. Hier hätten wir zum Beispiel eine Bullish Divergence, deswegen lohnt es sich immer mal in die kleineren Timeframes zu gucken. Bullish Divergence, tieferes Tief, höheres Hoch im RSI. Also auch hier könnte sich zumindest kurzfristig mal ein kleines Retracement vielleicht wieder in Richtung 200er SMA anbaden. Also behalten wir das auf jeden Fall mal im Blick. Ansonsten gucken wir uns mal ganz kurz Elrond an. Ich weiß nicht, was hier los war. Also falls das jemand weiß, gerne unten in die Kommentare schreiben. Riesenpump gestern nach oben bis 270 US-Dollar fast. Sofort wird er abverkauft und dieser Pump wurde jetzt mittlerweile wieder ganz normal retraced. Das heißt, diese Pumps, so steile Pumps, werden sowieso immer wieder gerne nach unten hin gefüllt. Ist passiert. Somit wieder alles in der Waage. Also hat sich nicht viel geändert. Wollte ich nur mal ganz eben ansprechen. Dann schauen wir uns mal ganz kurz ICP an, weil das ein Wunsch war vorhin aus der Community von Rexy. Wir haben ja hier im Livestream das FIP-Level eingezeichnet. Haben gesagt, okay, Golden Pocket wäre so ein Bereich, wo wir dann Retracement sehen. Wir sind da gnadenlos durchgefallen. Wir haben jetzt halt am 0786er gemacht. Wir hatten keinen 4-Stunden-Close. Beziehungsweise 1 Stunde, wir gehen mal in den 4-Stunden-Close. Wir hatten auch keinen 4-Stunden-Close darunter. Erstmal gutes Zeichen, dass das 0786er gehalten hat. Wichtig wird es halt jetzt, wieder über das Golden Pocket rüber zu kommen. Bestätigt. Ansonsten wird wahrscheinlich hier dieser Bereich um 18 US-Dollar nochmal angelaufen. Und dann hätten wir natürlich übergeordnet jetzt, ich weiß, das ist Wunschdenken, sage ich mal, hätten wir auch einen wunderschönen doppelten Boden. Der uns dann auch so ähnlich wie bei Bitcoin dann im Endeffekt einen Boden geben würde und eine Trendwende. Also behaltet das auf jeden Fall mal im Auge. 0786er muss halten. Ansonsten gehen wir hier wirklich tiefer wieder in diesen Bereich von 18 US-Dollar. Gut, Engine hatten wir relativ das gleiche Bild. Wir hatten hier mehrmals Abtrends, die immer wieder gebrochen sind. Bearish Divergence, Trendumkehr. Wichtig wird jetzt hier auf jeden Fall dieser Bereich, sage ich mal, bei Engine, da wären wir so bei ungefähr 1,62, 1,69. Dass wir hier unten diese Zone einfach nochmal anlaufen, nochmal neue Liquidität aus dem Markt holen. Und dann vielleicht hier auch eine Trendwende hinlegen. Wir können uns auch mal ganz kurz das FIP-Level dazuziehen, einfach hier live vom Swing Low zum Swing High. Und dann passt es auch perfekt hier mit diesem Golden Pocket überein. Also so ein kleines Retracement noch nach unten, vielleicht auch mit einem kleinen Fake-Out wieder, um einfach ein bisschen so Longs zu triggern. Das ist einfach psychologisch. Jeder denkt, es geht da runter. Dann setzt jeder seinen Long-Order-Stop-Loss unter dem Golden Pocket. Dann gehen wir kurz drunter und setzen die Reise nach oben hin fort. Also das wäre so das Wunsch-Szenario bei Engine momentan. Halte das auf jeden Fall auch mal im Blick. Schauen wir uns noch Sand an. Sand hält hier momentan noch diesen Abtrend. Also ganz wichtig, wir halten den Abtrend. Ja, das war wieder Siri. Wir halten momentan diesen Abtrend. Monats-Pivot, 2-Hunder der SMA und diese grüne Box hier. Also momentan sieht es hier noch ganz gut aus bei Sand. Volumen ist jetzt nicht wirklich berauschend. Wir befinden uns auch im Ares-Eye deutlich nochmal in dem Abtrend. Also es wäre gut, wenn wir hier zumindest auf dem 4-Stunden-Chart den früher oder später nach oben hin durchbrechen und dann auch hier ein höheres Hoch mit korrigierten Ares-Eye sehen. Gut, ansonsten würde ich sagen, schauen wir uns noch ganz kurz die News an. Apples neue Funktion ermöglicht Händlern Zahnungen in Krypto zu akzeptieren. Ja, Adoption, ich kann es nicht oft genug sagen, findet immerhin statt. Die großen Firmen kommen immer mehr rein, ob es jetzt Metaverse ist, ob es jetzt solche Funktionen sind. Ja, wer den Artikel lesen will, ich schicke ihn euch später noch in die Telegram-Gruppe. Bekommt gerne in die Telegram-Gruppe, Link ist mir immer in der Videobeschreibung. Und wer noch nicht hier beim Krypto-Guru-Ausbildungsprogramm dabei ist, die Woche gibt es eine geile Aktion. Für jeden, der sich das Programm kauft, sage ich mal, gibt es noch einen Ledger Nano S dazu. Also seid schnell, sichert euch das Angebot. Genug Werbung für heute. Ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall einen wunderschönen Samstag. Genießt das Wetter, falls es bei euch sonnig ist. Ich bin in der Telegram-Gruppe sowieso immer aktiv. Wenn irgendwelche Fragen sind, schreibt mich an. Lasst auf jeden Fall ein Like da, lasst auf jeden Fall ein Abo da. Ansonsten schönes Wochenende, wie immer. Und stay crypto. Ansonsten schönes Wochenende, wie immer.